Hallo Freunde, in dem Sinn wollte ich heute nur einen kleinen Test absolvieren. Ich habe ein neues Funkset, das K&F-Konzept. Ich zeige euch das dann näher an Bildern. Ist das ja gegen das Rode um ein Drittel. Eigentlich kostet es nur ein Drittel gegenüber dem Rode Funkset. Und das will ich jetzt ein bisschen testen. Ich habe es gestern erst bekommen, habe es daheim ein bisschen probiert im Garten und das schaut jetzt recht gut aus und ich werde es jetzt einmal versuchen. Also ich werde jetzt einmal da ein bisschen entlang gehen. Ich werde natürlich immer dabei plattern, mich kurz immer wieder umdrehen, dass man mal sieht, wann das anfängt zum Aussetzen oder dergleichen. So, wir werden damit zu machen. Leider fängt es jetzt noch zum Regen an. Also ich habe die K&F-Konzept oben ein bisschen abgedeckt. Die Antenne, was so kurze Stummeln haben, das schaut auf alle Fälle aus und jetzt werden wir halt einmal gehen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe dann auch noch vor, vielleicht ein kleines Käfchen, wenn es weht, dass ich mir das teste. Ja, ich schätze, ich bin jetzt so 18 Meter entfernt und rede jetzt ganz normalen Ton, normale Lautstärke. Jetzt einmal ohne Worte, ob man das Rauschen hört. Leider ein Flieger im Hintergrund, aber Rauschen dürfte eigentlich keines von Empowern sein. Gestern habe ich keines gehabt. So, gehen wir einmal weiter. Wie gesagt, der Sender ist jetzt jedes Mal verdeckt, wenn ich weggehe vom Mikrofon, also von der Kamera. Und ich schätze jetzt einmal so gute 15 Meter, 18 Meter werden es jetzt sein. Dürfte von der Distanz, wenn Sie sich sehen, überhaupt kein Problem sein. Werden wir wieder einmal umtragen, gehen ein Stück weiter. Ja, werde dabei weiter plaudern, dass man das hört, ob da Funkaussetzer sind oder nicht. Bin da jetzt sicher gute 20 Meter entfernt und sollte eigentlich nach wie vor noch super funktionieren. Denkt ihr, dass uns das noch passen. So, und dann gehen wir das letzte Stückchen noch ein bisschen zum Rand. Ja, wie gesagt, ich habe mir das Funkset bestellt zum Testen und wäre natürlich interessant. Ich schaue einmal solche Entfernungen wie jetzt, da werde ich sowieso nie davon entfernt sein. Das ist eh utopisch, weil ich mich ja fast auch nicht mehr sehen werde. Das wird ja fast nichts bringen. Aber ich denke einmal, der Atom wird vielleicht noch nicht mehr funktionieren. 70 Meter sollte das gehen. Ich komme jetzt schön langsam auf die Kamera zurück. Ich sage jetzt einmal nichts, es ist wieder komplett ruhig, wenn man auch raschen hört. Ja, wenn das so funktionieren würde, wie das ist, ich werde jetzt einmal hergehen und stecke den Sender jetzt einmal in die Jacken rein, dass man quasi nicht sieht. Jetzt wäre quasi die Antenne verdeckt. Schauen wir einmal, was die tue. Die geht jetzt weiterhin auf die Kamera zu. Und wenn ihr das auch noch schafft, dann wäre das schon optimal. Aber ich sage einmal, an und für sich, sollten sich die sehen, dann soll jetzt bis 70 Meter kein Problem sein. Und ich werde das da wieder einstecken, wie ich es normal am in eine Rode gemacht habe. Das habe ich eigentlich auch relativ selten irgendwo in der Gesäßtasche oder so gehabt. Und ja, schauen wir einmal. So, ich komme jetzt auf die Kamera wieder zu. Eins, zwei, drei. Test, Test, Test. Eins, zwei, drei. Test ist fast vorbei. Ja, ich hoffe, dass ich das wirklich meine Rode damit ersetzen lasse. Das hat leider ein gewaltiges Surren. Ich habe den Fall noch nicht gefunden. Eventuell muss ich es vielleicht einschicken, dass wir es reparieren. Keine Ahnung, was das ist. Mein Original Rode Lavernier-Micke ist leider schon länger kaputt. Ich habe da so eine U8-15 um 7, 8 Euro draufhängen. Das hat aber bis dato auch funktioniert. Und ehrlich gesagt, das war leider noch eine Tour komplett. Weil das Surren da hat mir eine komplette Tour zusammengehauen. Aber gut. Ich erhoffe mir jetzt von denen nicht die Welten. Aber so wie es jetzt gestern gelungen hat, daheim und vielleicht wie es auch jetzt da ist, bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Und wenn das Ganze, ich sage einmal, auf diese Entfernung, weil viel weiter weg, befindet man sich ja sowieso nie von der Kamera. Und wenn das da so funktioniert, auch wenn der Sender abgedeckt ist und kein Krochen und Kramen und kein Stern ist, dann ist es eigentlich optimal. Und sollte es trotzdem krochen. Muss man halt schauen, dass eigentlich immer die Sender und der Empfänger sich sehen mit den Antennen. Und dann sollte er das gehen. Ja gut, das war jetzt der erste Praxistest. Nur so einmal auf die Entfernung und ich werde jetzt noch auf ein kleines Käfchen gehen. Nur gleich durchchecken, bevor es regnet. Und ja, und im Großen und Ganzen, das war der Test. Wie gesagt, ich bände euch dann vielleicht noch irgendwann zwischendurch sowieso ein paar Bilder ein. Ein Link dazu für Amazon, wo das Zeug herkommt. Und ja, wie gesagt, das ist auch K&F Konzept. Das Ganze gibt es unter einen anderen Namen Bescholl. Das K&F Konzept kostet 119 Euro und das Bescholl 89 Euro, also ein 30 Euro Unterschied. Und sollte ein Powered gleich sein, nur andere Namen. Ich habe das zu spät gesehen, sonst hätte ich mir das andere wahrscheinlich bestellt zum Testen. So. Ja, im Großen und Ganzen glaube ich habe jetzt alles nur gewagelt, was ich erzählen wollte. Und jetzt holen wir mal sehen, dass ich das mit der hier sehr gut bin. Und in den nächsten vier Tag.